Beatrice, du redest nur noch mit großen Schlagergesten. Von hinten gerade sehr schön. Von hinten ist es einfach wunderschön. So groß ist mein Arsch auch wieder nicht. Du siehst den selbst. Es ist einfach so herzlich und so geschmeidig. Ja? Ja. Wer? Du. Du bist so. Ja. Wenn ich dich sehe. Ich bin so. Du bist so. Ich muss schon sagen, es ist so Liebe, wenn du im Raum bist und es ist alles so geschmeidig und leicht und locker. Ja. Ja. Und wenn ich dich sehe, dann denke ich sowieso, das muss der Himmel sein. Das muss der ganz große Himmel sein. Küssen, das gehört dem Schlager schon dazu. Ich liebe Schlager. Ja. 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 Also, Küssen ist wirklich... Wirklich. Und wir tanzen auch so gerne. Ja. Schlager! Schlager! Ja? Schlager! Ja. Du läufst mir auch ein bisschen hinter. Nein. Ich will auch tanzen und Liebe. Ja. Also es geht auch immer bergauf bei uns eher als ab. Also es geht eher hoch als runter. Und ähm... Ja! Wollt ihr noch sonst noch was machen? Bitte nicht Höherklett. Bitte nicht. Bitte nicht. Ich mag gerne die Höhe. Ja, aber das ist gefährlich. Der Berg ist auch immer Frischluft. Aber dann fallen sie da runter. Ja, das ist äh... Haha! Die Luft ist oben ein bisschen dünn. Kommen Sie wieder runter, bitte. Das ist eine Frau. Nein, das ist jetzt eine Frau. Wirklich? Kein Papagei und kein Tiger. Es ist eine Frau. War das von mir? Ja, das war von dir. Lass es Alkohol sein. Es ist Alkohol. Okay. Oh Mann. Moment. Janine. Du verwechselst Beatrice mit Helene Fischer. So warst du unser Gast schon da. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Der Nachbar. Oh Mann. Krass. Ich weiß nicht, worum es geht, aber es muss die Hölle sein. Nein, es ist schlimmer als die Hölle. Ja, es ist richtig. Wahnsinn, warum schickst du mich in die Hölle? Hölle, 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 Hölle. Es ist die Hölle morgen früh. Das ist so krass. Was? Ich bin so gespannt. Ich finde es nicht ganz schlimm, wenn Fans so total durchdrehen. Nein! Deshalb mache ich das nicht. Nein. Aber ich muss Ihnen was sagen. Ich finde sie so geil. Diese ganzen Songs und wie sie Stadien füllen. Und wenn sie dann ihre Lieder performen und an diesen Seilen über die Arenen schwingen. Oder auch bei dieser geilen Weihnachtsshow, wo sie mit jedem singen. Das ist so krass. Ich will immer wieder dieses Fieber spüren, immer wieder mich an dir verlieren, will die Liebe leben. Ich habe andere Lieder. Samstag Nacht, das wird heute riesengroß. Zurück ins Leben. Es geht wieder los. Das ist auch nicht schlecht. Ich sehe sie schon schweben über der Arena. Ich finde sie auf jeden Fall super. Es freut mich, dass Sie Helene Fischer toll finden. Aber ich bin das nicht. Ich bin blond, Größe 40, singe Schlager. Ich habe sie nicht mit Helene Fischer verwechselt. Also ganz im Ernst. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Auf gar keinen Fall. Nein. Sie sind hier ähm äh äh. Egli. 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 Sie sind Beatrice Egli. Sie machen Lila. Helfen Sie mir. Leben, lieben, lachen. Li lila. Lalalalala. Oh 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 oh. Der Sonne entgegen. Ich finde sie viel geiler. Ich liebe sie. Komm sie darauf hin. Oh 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 oh. Der Sonne entgegen. Oh, du sollst nach Hause gehen, du sollst nach Hause gehen, du sollst nach Hause, bleib nach Hause gehen. Aber ich bin doch erst mal gekommen. Ja, ja. Oh, 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 oh. Ich glaube, die meinen nicht. Dann gehe ich halt nach Hause. Sie können ja noch dranbleiben, weil seit eins geht es weiter und wir sehen uns auch wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war die Halbbox-Hömel-Schmitz. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Dankeschön.